Hallo mein guter Freund, kann ich hier sitzen? Nein, hier ist es besetzt. Verschweizer. Nein, 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 es ist nicht occupiert. Schau, guten Morgen, guten Abend. Hey, hast du nicht gehört, der Schockenkopf? Das ist Verschweizer. Thank you very much, that's very nice. Und wenn du noch eine Frage hast, bevor du es wieder verreisesst, red Deutsch. You are an asshole. Was? Asshole? Ja, kannst du dir vorstellen, dass ich jetzt für dich gehe essen holen? Das kannst du in die Fresse, ja, das. You wanna hit me? Okay, you can hit me for only 100 Dollar. Go on, please hit me, please, please. Dollar? Wenn ich ein Bimbo verklopfe, zahle ich immer noch meine Schweizer Franken. Blödsinn, ich zahle ihn überhaupt nicht, du. Okay, my last offer. You pay me 200 Franken. You can hit me two times and you can fuck my sister. Hitler. Jetzt, Gott verdammt, ich habe mal deine Nägel schnurren. You don't wanna fuck her? You wanna hit her? Was? Hit her? Hitler? Hitler? Das erste vernünftige Wort, das wir von dir gehören. Please hit me now for only 20 Dollars. Jetzt hör mal auf, mich da rum zu kommandieren. 10 Dollars? Ich lass mich doch nicht als Schweizer von dir sagen, was ich zu tun habe. Und jetzt kannst du selber dein Essen holen. Selber ein Ass holen. Das war richtig sarschloch. Ja?